Hallo, mein Name ist Sedef. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Assistentin Gesundheit und Soziales im Wohn- und Pflegeheim UZIGE. Ich freue mich, euch mitzunehmen. Mein Arbeitsablauf startet, indem wir am Morgen im Stationsziel vorbereiten, dann im Rapport teilnehmen und dann alles dort mitbekommen, was es zu tun gibt. Dann lege ich los in die Pflege und die Bewohnerin für das Morgenessen vorbereiten. Mir gefällt am meisten der Kontakt und die Beziehung mit den Bewohnern. Es macht Freude, wenn sie sehen, dass sie glücklich sind, zufrieden sind. Wenn man das hat, dann arbeitet man noch weiter. Mitbringen muss man wirklich. Wichtig ist der Umgang mit verschiedenen Situationen, die wir hier haben, verschiedene Menschen. Und für das muss man halt wirklich den Job gerne haben und die Menschen gerne haben. Sonst geht es nicht. An einem Trip ist noch speziell für die Lernenden, was sehr gut ist, dass wir so Lernwerkstattetage haben, wo wir alle zusammen üben können, lernen können. Ich habe Interessen an Medizin bekommen, in dem ich meine Grossmutter zu Hause hatte, die krank war. Ich habe mir immer zugeschaut, wie sie pflegt geworden ist. Das war die Motivation, in die Pflege zu arbeiten zu können. So, fast sind wir an der Ende gekommen. Ich hoffe, euch hat mein Alltag gefallen. Wenn ihr Interessen habt, könnt ihr euch gerne bewerben. Bis bald im Schloss Uzzigen.